hallo Leute herzlich willkommen wieder bei dem nächsten Video und ihr fandst das ah weil ich haben letztens wieder ein Angebot gemacht und die haben wow einkaufen wir müssen einkaufen gehen wir gehen essen müssen wir kaufen ein bisschen Salat teuer wieso will ich versuchen zwei Energie Karte zack das haben wir sehen das haben wir sehen Alter wieso er will so ok Essen kaufen haben wir haben wie viele haben wir einfach man ja geil ich kann noch Computer kaufen Anfang Monat ist saugut ich mir ich zu mir neue Computer kaufen was wie geht's dir ich habe neue Handy und was in tage wird es mal entschieden und ich werde paar echte klasse extras für den YouTube haben du solltest solchen Veranstaltung bei dabei sein und mit der Indus ok auf dem neuen Stand zu sein etwas was Bekanntheit ist gewonnen ich habe den Einladen zu bekommen und ich komme zu einfach in der Simstu äh Kalender wird bestimmt zu ich werde auf jeden Fall nicht gefasst ok ich habe Kalender was ist das was ist das ah ok kaum wieder Ticket was ist das wann am 13 April umsonst joh Funerob was ist das ok Backparty Gruppparty lässig lässig ok ok ich bin wieder weg ok 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 was machen wir jetzt was machen wir jetzt ehhh was essen wir mal oh sooo und jetzt essen wir nice meine Freunde meine Freunde oh oh nicht schlecht nicht schlecht ich bin schon wieder aufgestiegen oder was ja es wird schon wieder zwei Teile zurückgekommen komm essen ach ja stimmt muss ich los ok sieht sich gut ausgehen weiter ich bin wieder so so ah ok was da fuck ist das mein Handy wow oh ein ja hm hm hallo hier Okay, wir freuen uns schon, wie wir die Tiefel in den Aufmerksamkeit haben, dass das neue Handy verbindet, das erst mal mit dem sozialen Netzwerk, du kannst ihn aufregeln und fangt. Ab September erst, ich glaube, haben wir April, oh, was? Hi, reden wir. Hey, blablabla. Blablabla. Vlog auf ihn. Oh, okay, cool Komm, nehme ich das Lustige Kommentar LOL, hau ich hier nicht viel geil rein So Das Oh Ja Konnte ich detect, konnte ich verdoppeln Äh, ja Du Schmolzt Ja, ja, passt schon Grundsache wird nicht abgezogen Äh Was soll ich reinhauen Komm Weiter Es wird zu Hause bearbeitet Yo Reden, weiter Hey, wie geht's? So Blablabla 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 Au, ja So, jetzt fragen wir nach Äh Blablabla Ein Bull Banal Oh, oh, oh. Blablabla Blablablabla Okay Ähm Blablabla 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 Sitz nach voll aus Nein Schon wieder Ich weiß Ich weiß Ich weiß Blablabla Blablabla Gewing Dadah Achso Pflege, Alter. Nehmen wir den einfach. Super. Ne, das ist nicht für mich. Das ist mein Nachbar. Ich habe gedacht, vielleicht kann ich mit meinem Nachbarn... Fotoshooting! So, jetzt! Das Fotoshooting ist fertig. Gut, dann gehen wir jetzt nach Hause. Ja. Haben Sie den Bekannten, haben Sie das schon gemacht. Jetzt musst du das Video bearbeiten zu Hause. Äh. Weiter geht's. So, ähm. Flitter. Mhm. Ah. Haben wir noch ein Licht? Vlog. Ja, ja. Nehmen wir Vlog. So. Erstmal das. Das machen wir hier. So. Muss ich überlegen. Ähm. Ja. Sieht gut aus. Das muss man so. Und. Ja. So sieht es besser aus. So. Und was fehlt uns? Die Titel natürlich. Und Fokus. Oh. Das kann ich auch noch. Es ist nicht wahr. Ja, Interesse. Juuu. Und. Oh Mann. Äh. Okay. Gameplay. Reader to the Bad. Bitte. Bitte nicht Konsole. Bitte nicht Konsole. Bitte nicht Konsole. Ich habe nicht gelesen. Ich habe nicht gelesen richtig. Aber. Schauen wir mal. Ah. Ja. Schon mal muss er das scheiße. Xbox kaufen. Oder irgendwas da ist. Öffnen. Juuu. Haben wir rein. Da kommt schon ein Spiel. Und ja. Z-Box. Muss ich erstmal kaufen. Yay. Ah. Okay. Was kann ich machen in dieser Zeit? Es ist was. Bis der fertig ist. Hm. Hm. Und dann arbeiten wir. Okay. Das ist zu viel oder was. Warum machen wir diese Arbeit? Zeit. Zeitzug. Aufzutragen. Weil. Mittels im Monat. Ja. Haben wir schon. Zeit noch ein bisschen. Uh. Scheiße. So schlecht. Wat? Willst du mir verarschen? Na jo. In allem zu Welt. Aber wir kommen jetzt schon. Yeah. Vielleicht das ist zu neu für. meinen Kollegen. Hallöchen. Okay. Mag mein verdammten Computer nicht schon mit deinem Arsch. Konsole kaufen. Äh. Konsole kaufen? Hallo. Ich will Konsole kaufen. Ja stimmt. Ist jetzt aber mein Platz? Die Alte. Äh. Die Alte sind an meinem Platz. Jetzt nicht mehr. Gut. Bill kaufen. Äh. Konsole kaufen. Mal sehen. Gut. Z-Box. Oder. 316 Z-Box. Oder. 500. Ich hoffe das. Ich hoffe das. Das ist trotzdem haben wir nicht so viel Geld. Hahaha. So. Machen wir ein Gameplay. Oh ne Scheiß. Machen wir ein Gameplay. Der da. Bleib da. Oh. Machen wir den. Wann haben wir das? Dann. Warte mal. Der ist gut gekommen. Versuchen wir. Versuchen wir. Höhe Auflösung. Ja stimmt. Mein Computer ist besser. Ist das. Ich habe so wenig verdient mit diesem Video. Ja ist klar. Cool. Coole. Try. X. So cool. Wir machen hier nun. momentan so coole begrüßen was machen wir jetzt weiter zeit bevor du das spiel startest umdoppelt ja so mann ich muss diese um Ja, das war mir klar. Ähm... Ja... Willst du mich verarschen? Oh! Nice! Aber bei Skripper mir ist... Ja, gleich gehst du schlafen, kein Wunder. Bearbeitest du schnelles. Jaaa... Alter, wenn ich... Ich werde das machen, dass ich mir... Kasper... Scheiße... So... Und dann machen wir... Ganz doles... Das... Ja, das hau ich auch rein. Kein Interesse... Ja... Ist... Klar... Ist das nicht fucking ernst? Kein einziges Interesse... Kannte ich diese... Naja... Schauen wir mal... Was kommt... Jetzt... Raus... Kaufe ein Spiel... Oh... Gut geschlafen... Oh... Komm... Mann... Also... 8 Stunden... Ja... 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 Ich hoffe... Der werde besser... Geschaut... Ich habe sicher... Gedacht... Ich hoffe... Verliere ich... Kein Abonnenten... Alter... Ja... Wieso habe ich das gemacht? Könnte ich wegschmeiß einfach... Aber ja... Nein... Dass ich selber YouTuber... So... Bescheuert... Bei den... Nachbearbeitung... Das... Was geht... In... Der Kopf... Des YouTubers vor... Vor der angezogenen... Video... Vor der meinen... Zu machen... Das ist... Über... Zwei Wochen... Raus kam... Kann ich... Sehr... Sehr... Schlechte Idee... Du solltest... Kein Video machen... Wenn du... Zu... Müde bist... Ey... Weil... Ich war zu müde... Deswegen... Wat? Alter... Ich verliere Abonnenten... Fuck... Nein... Fuck... Nein... Fuck... Nein... Alter... Mhmm... Mhmm... Es... Ich muss... Es... Ich muss sofort... Neue Video machen... Ey... Underscheid... Ich muss sofort... Neue... Es... Mach mal... Äh... Versuch mal... Energy... Hm... 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 Oh... Geh schlafen... Ich würde froh... Wenn diese... Verdammte... Spielwelt vorbei... Morgen... Falls du nicht... Ausmarsch... Sogar ein... Bisschen... Neue Gameplay... Ich glaube, kann ich das verkaufen, weil die Konsole habe ich nicht. Ich glaube, die Angebot ist weg. Ich muss langsam die Konsole kaufen und scheiße. Neue Spiel sollte einkaufen. So, schauen wir mal, was für neue Spiele gibt, sowas. Ja, ich verliere. Gute Spiele. Kull auf Hür. Machen wir das. Cool. Neue Spiel. Kasse dann dieses Spiel draus. So, was machen wir? Komm, machen wir das nochmal. Hä? Okay. Duell. Okay. Freischalter Duell. Review. Ah, später machen wir das wahrscheinlich. So. Spiel gekauft. Ja. Und mehr FA-Punkte. Noch besser. So sollte es sein. Ähm. Ja. Alter, als ob. Als ob. ich verliere sowas von Abonnenten. Oh. Ich muss schnell irgendwelche gute Videos rausholen. Sonst bin ich am Arsch. So. Normal Auflösung. Zehn. Super. Mikrofon. Ich kaufe. Ich kaufe. Nächstes Mal. Wie? Nein. Ja. 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 Video lass mir so auf den normal. Ähm. Neh, mir auf. Cool. einfach so cool das spiel die spiel mal sehen und jetzt sagen also so viele punkte jetzt noch mehr scheiße gut läuft so jetzt kribb das ist und ich kann besser das machen. Das kommt hier. Ich glaube so ist am besten. Dann machen wir das. Beide. 66 Interesse. Es läuft besser. Viel besser fände ich jetzt momentan. Die Sound ist schon wieder am Arsch. Hochladen. So. Wenn ich drücke, ist nur brennt da. Nicht mehr fragen. Magistrack. Gefolgt. Nicht folgen. Wieso immer? Was für das Shitbacke ist. Ohne Scheiß. So. Der wird sich die ganze Zeit unterhalten. Komm. Okay. Glaube ich nicht. Hahaha. So. Wir gehen um. Komm gib mir schlafen. Vielleicht geben wir noch eine Runde. Spiele. Ein Video. Äh. Arbeiten. Genau. Interne. Komm. Will ich ein bisschen Geld verdienen. Oh. Ist gut gekommen. So Leute. Ich werde jetzt für diese Lunde sagen. Das war's. Und. Leck mir am Arsch. Das steigt die Sau. Und. Das war's. Und wir sehen uns nächstes Mal. Ciao.